Und damit willkommen liebe Leute zu einem weiteren sehr einfachen Tipp hier bei Border Warfare 2019. Du hast da was im Gesicht, ist in Mission 11 gefangen möglich das ganze Ding zu holen, sobald ihr hier auf den Stuhl setzen müsst und ein paar Meter näher rankommt dieser Pisskop hier, könnt ihr R3 drücken um demjenigen ins Gesicht zu spucken, da kommt er ja schon und somit die Trophy da eigentlich mehr oder weniger ohne Aufwand instant zu holen. So, jetzt habt ihr wirklich die Möglichkeit hier irgendwas theoretisch auszuwählen an Gesprächsoptionen, könnt ihr aber jetzt schon mal R3 durchhämmern, wenn ihr wollt, an den rechten Stick einfach nur reindrücken für theoretisch Nahkampf. So, da haben wir das ganze Ding hier, jetzt R3 drücken, flop und fertig, easy peasy. Ja, haut rein, wünschwatt, servus, ciao. Ja, haut rein. Ja, haut rein. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.